Spaghetti Carbonara, das geht auch als Veganer. Spaghetti Carbonara, das geht auch als Veganer. Veganer Speck führt zu Hause einfach Räuchertofu in Stückchen schneiden. Für Tierspeck werden nämlich Tiere in Gefängnissen gehalten, obwohl sie unschuldig sind. Vegane Kochsahne oder einfach Sojamilch oder Kokosmilch. Veganer Parmesan aus München. Spaghetti Carbonara, ohne Tierversklaver. Ohne Tierversklaver. Fertig! Dankeschön.